Ihr Lieben, hier Dschungelcamp 2016. Ja, ich wollte euch mal hier meine Big Balls auf Feier. Heißt sie Big Balls oder Big Balls auf Feier? Ja, egal, aber jedenfalls möchte ich hier die Dschungelprüfung alle gewähnt für euch, ja, und die ganzen Sterne holen und dann zum Schluss auch die Dschungelkönigin werden und die Dschungel-Corona tragen und das wird alles ganz toll, ja, und ich hab euch ganz, ganz, ganz lieb, ja. Ja, tschüss und viel Spaß, ja.